Servus Leute, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Adventure Map auf Random Parcours. Jawoll, ich hab's gelernt. Ähm, Mats ist auch wieder dabei. Ja, servus. Servus. So, ähm, ich war ja glaub eigentlich schon durch. Aber ich hab ja gesagt, ich spring da nochmal ein bisschen mit. What? Weißt du, komm das so lang her? Ja, man muss sich da jetzt erst wieder ein bisschen reinspringen. Vielleicht so ein bisschen. Ja, das war direkt über die Leiternprutsche. Ähm. Ja, Leiternsprünge mochten wir ja schon immer. Ja, in der Tat. Oh, Alter. Ja. Ja. Jetzt? Darunter? Ja, hier. Ach, zu früh geschiftet. Jipp. Mami. Oh. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Oh Mann. Ja, für mich ist es noch ein bisschen ungewohnt mit der Tastatur. Oh ja, die hatten ja eine tolle Tastatur. Ich hab die zwei jetzt schon fast zwei Wochen, aber. Ja, da brauchst du ein Leichen. Ja. Was ist da? Also vorher hatte ich immer so eine Kompakt-Tastatur. Jawoll. Jetzt hab ich halt so eine normale Tastatur. Okay. Ich hab ja schon mal die Rockets. Äh, Isco FX. Multicolor. Oh. Oh, Multicolor. Ja. Alles andere wäre klassistisch. Ja, richtig. Aber. Ähm. Irgendwie. Folie? Dachte ich, dass man da halt. Was, du hast geschafft? Nice. Okay. Irgendwie dachte ich, man kann da irgendwie hier. Die komplette Tastatur irgendwie in verschiedene Farben setzen, aber. Geht nicht? Nee, so. Soweit ich weiß nicht. In bestimmte Bereiche oder was? Nee, also die Leuchte dann halt nur in einer Farbe, aber du kannst die halt auch irgendwie pulsieren lassen und Farben wechseln lassen und was weiß ich. Okay. Das ist nicht schlecht. Alles schnickschnack irgendwo. So, 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 jede einzelne Tastatur, ähm, Tasche selber, so beleuchten wir natürlich, oh geil. Ja. Ich hab auch rausgefunden. Aber kann halt nicht alles haben. Oh. Oh. Ich hab auch rausgefunden, was, was bisschen, was bisschen, was bisschen schlecht ist, finde ich, an der Verarbeitung ist, dass man teilweise, wenn sie beleuchtet ist, gerade so die Tasten halt 1, 2, 3, 4, bis 0 und so weiter, dass halt der ober Bereich nicht ganz beleuchtet ist. Also, da wurde wahrscheinlich mit den Farben ein bisschen gespart. Ja, wahrscheinlich. Äh, mit den... Das find ich geil bei meiner, die hat... Ja, da hat jede Tastatur sein eigenes LED. Der trollt hier voll. Der trollt echt. Ich weiß nicht, ob das, also... Wenn du da hochgekommen bist, hast du es geschafft. Ich mein, ich bin durch, ich will aber nichts. Was? Ja, oder? Come on, try to grab them. Ja, warte mal auf mich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ob ich das jetzt schlimm finde, nicht unbedingt. Ja, gut, für den Preis, wo du gezahlt hast, scheitern schon. Ja, gut, aber... Ich sag, das sind immer so... Ich mein, das mit den Farben ist sowieso schon nur Spielerei eigentlich. Weil ich beim Zocken zum Beispiel nervt mich das sowieso nur, wenn das da die ganze Zeit pulsiert. Und... Ich hier Farben wechsel dann dauernd. Weil ich eh nur eine Farbe halt. Ja, das ist hier. Das stimmt. Und... Gut, ich sag mal so. Deswegen irgendwie Tasten nicht finden, das Problem hab ich auch nicht. Ja. Obwohl ich's echt schwierig find, wenn meine Beleuchtung nicht an ist, mich zurechtfinde ein bisschen. Das ist mir schon oft falle. Warst du im Dunkeln, wenn man nachts zockt und keine Lichter hat? Ja. Also ganz ohne Beleuchtung, das ist irgendwie... Das ist irgendwie so ein Placebo-Effekt, glaub ich. Ja. Also, ich mein, du hast die Beleuchtung und dann... Denkst du so, hast du halt im Unterbewusstsein okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht weiß, wo jetzt eine Taste ist. Guck ich halt mal kurz auf die Tastaturen, seh's. Aber wenn's Licht aus, natürlich von der Tastatur, dann denkst du so, oh shit. Okay, come on, try to grab them. Alles klar, Max. Lass mal. Ich hab grad probiert, die Zeit umzustellen, aber das ging nicht. Watt. Ja, das ist halt hell, ich weiß. Wie grab them? Also, reinsitzen oder wat? Ja. Oh. Jetzt? Was war wieder? Scheiße. Jawohl. Warum das muss man machen, Mann? Ich folge der Troll, da hinten steht nämlich ne Kischt. Oh, warte mal, da stand ne Kischt neben mir. Diese Schaukel, ja, warum sind alle Kischt in der? Oh, der Troll? Guck mal, da hinten steht ne Kischt, da hab ich extra reingesprungen, oh sorry. Oh, ja. Und was ist, die ist leer, natürlich. Ja, ich merk schon, also der Map-Ersteller, der hat irgendwie schon so ne Trollen der Art. Oh, ja. Verarschen. Ist gar nicht so einfach. Nee. Der erste Sprung, okay, der zweite, der geht, geht auch noch. Boah, der dritte, what, what the fuck? Ja, der dritte ist echt ein bisschen heavy. Oh, ich hab'n geschafft. Der letzte ist auch nicht. Ich hab'n schlecht gebildet. Den ersten schafft er sogar ohne. Ohne Dings-Crap. Pass auf. Oh, Mann. Boah. Oh, ist voll geil gemacht. Auf jeden Fall. Ist mal was Neues. Ja. Alter, springt er nicht. Ich bin... Nein. Oh, Mann. Tjo. Ja, aber warum ich genau die Tastatur genommen hab, ähm, ja. Ich hab' auch schon ne Rocket Mouse, also. Ja, oder Amazon, äh, Cyber Monday. Nö, nö, das... Ja, okay. Nee, nee, nee. Das auch. Ja, gut, man kann ja auch mal seine... seine Marke ein bisschen weich... Ja, aber ich find halt irgendwie... Ja, okay. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ne Rocket Mouse hab, dann kann ich net irgendwie ne Razer-Tastatur dazunehmen. Das passt irgendwie net. So hab' ich's gemacht. Und das geht jetzt auch schon. Und das ist nicht schlecht, weil ich komm... Ich fand halt... Die Razer-Mäuse haben mich alle net so, so... reingemacht. Also, vielleicht, ich hab's ganz einfach nicht so anspricht. Ja, ja. Deswegen hab' mir halt für ne... Rocket Engine. Aber ich find' es passt. Ich hab's ja beleuchtet wie meine Tastatur. Find' mich super. Ja. Wo ich ja auch am Anfang so wie du gedacht hast, hm, 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 schon ein bisschen scheiße, so ein Racer, alles von Racer aus gemauzt dann, aber... Ja gut, ich hab' ja auch ein Sennheiser-Headset auch. Ja, gut. Und ich hab' ein... Mauspad von SteelS. Ja. 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 Ninjas in Pyjamas. Ja. 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 Der, der, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Ja. Der, der, der was anderes sagt, wird geführteilt, geköpft und... Und schon noch paar andere Sachen. Ja, und hatte überhaupt keine Ahnung vom Leben. Nicht fast. Genau. Jesus. So, warte mal, ich guck mal. Sag mal ruhig. Was passiert denn kurz so? Ah, du hast es geschafft, dann brauch ich. Ja, dann brauchst du nicht gucken. Es ist nicht so schwer. Go on, try it. Matex.